Also das sind drei englische Schiffe, das ist dieses Schiff, die hat drei Kanonen, die haben einen S-Hut und die andere, das ist auch ein englisches Schiff mit Flugzeugen, mit Flugzeugträgen, richtig, aus dem zweiten Weltkrieg. Und das ist ein englisches Schiff. Und das andere auch, der ist auch zusammen mit dieser, wie heißen die noch, ich habe vergessen, die zwei haben gegen Bismarck gekämpft und Bismarck haben die beide versenkt. Ja, und die hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Kanonen hat sie. Ja, und diese hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunze, zwanzig. Richtig. So. So.